moin moin mein lieben freunde herzlich willkommen zurück beim rennen zu baku ja mit dem virus leicht versammelt gerade was die gleiche angewohlenheit wie der liebe dingens und wie hast du gleich mag euch gegenseitig ins wort zu quatschen das ist mir sowas von wurscht wir machen wir unter acht wir machen wir unter acht wird schon hinhauen wenn ich wenn alles heile bleibt ansonsten muss ich früher eine box quert ja ich weiß dass mein frontflügel geringfügige schäden hat ja geld blieb nicht anders aus der quert ist einfach hat gewollt stand einfach da der ist stehen geblieben aber solange er nur geld ist es alles gut dafür ist der kamilo schon wieder siebter ja wie gesagt der quert stand einfach auf der strecke ich glaube ich habe gerade den ricciardo abgeschossen die quatsch stehen verstappen habe ich abgeschossen schuldigung in der schlosskurve naja der wollte mir in die seite fahren und hat dann wohl nicht gemerkt dass das nicht klappt jetzt noch die beiden mclaren mercedes holen meine ich aber da muss man erst mal dran gekommen bisschen spät gebremst nach start und ziel hallo jungs da bin ich hallo botters okay ich habe gerade noch mal gestaut verursacht die er sehr schön ich komme erstaunlich gut weg gerade das freut mich glaub ich bin drin langsam ja wegen beim anderen setup schaffe ich leider nicht mehr als 309 km h aber jetzt sei ruhig heißt ja auch jeff sei leise leise hallo egal konzentriere ich lieber aufs fahren sonst hänge ich dir gleich schneller am arsch als die lieb bist du du musst diese runde reinkommen Wieso muss ich? Ach, hat Jeff dir wieder gesagt, du sollst was machen? Ja, ich soll reinkommen. Ich bin bescheuert oder was? Ach, hast du einen Spoiler kaputt oder was? Flügel? Gar nichts kaputt. Na, wegen Box ist doch bald. Interessant. Na, die Runde hat sich ja gut angefühlt gerade. Mal gucken, ob man noch... Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schon in dem Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlemmert. Schieb dir deine alternative Strategie sonst so hin. Ja, ist doch wahr. Ja, schon mal geht's. Also, hierne richtig. Oh! Ja, wir brauchen Nova Outna. Ja, ich auch. Scheiße. Komm rum. Nach dem ganzen Vorsprung vor Hamilton wieder versaut. Ne, vor Perez wieder versaut. Einmal zu spät gebremst, nur musste ich leider gerade ausfahren. Das kostet so viel Zeit. Ja. Das kostet so viel Zeit. Untertitelung. BR 2018 So kleine Fehler bleiben irgendwie nicht aus, wa? Oh, hier liegen die Ersatzteile, jo. Ach scheiße, ich muss aber auch jetzt. Fuck. Oh, wir kommen doch rum! Ich hab leider auch keinen mehr. Fast in derselben Kurve wie du verloren. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Vielleicht hab ich ja Glück und du bist schon wieder weg, wenn ich komm. Ja, meine Rundenzeiten fallen zurück. Ist mir schon klar. Ist auch kein Wunder. Aber es könnte knapp werden. Mach mal schneller da! Oh scheiße, der hat mich nicht gesagt, dass ich eine Box soll. Was? Boxenstopp! Ihr Dreckssäcke! Du hättest doch selber reinfahren können! Ja, ich hab die nicht gefunden! Nicht gesehen! Damit haben wir unsere Strategie durch. Ah, Mann! Du musst das jetzt an diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Muss ich noch ne Runde warten? Ah, ah, ah! Diese Plinsen! Geh, 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 geh! Oh! Alter, hier auf dieser Strecke muss man so oft bremsen, ey! Aber insgesamt geht die Strategie auf. Wenn das so bleibt, werde ich Zweiter. Reicht mir. Läuft! Ja. Dann behalte ich wenigstens meine Führung noch. Weil ich glaube, Bottas und Hamilton, die sind raus. Weil Ocon ist Dritter. Ein Wunder. Komm jetzt von rechts! Ja, das ist schlecht, weil... Ja, ja, rechts ist gut. Links muss ich jetzt. Ja, he, he, he. Wollte schon erst sagen, ne? Moment, los die Boxen. Guck mal, Alter! Guck mal! Alter, Alter! Ich wäre fast schon wieder zu schnell gewesen. Na komm, jetzt macht Hinne hier. Ja, he. Oh, es wird eng. Ne, schaffe ich nicht mehr, wird nichts weiter. Scheiße! Ja, gut, die müssen ja auch an der... Ja, eben. Was hast du, da kannst du noch mal was gut machen. Na. Ja! Dieser scheiß Bruder. Dein Trigger hat etwas abbekommen. Scheint nur... Lässt sie wieder viel angenehmer fahren. Um das Problem nicht zu verschlimmern. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 28,7 Sekunden. Das sind beide Force India. Krasses Pferd. Das muss man erst mal in den Kopf kriegen, ey. Die sind hier echt gut. Ja gut, ich habe ja auch am Anfang da ganz schön Verwirrung gestiftet. Kann sein, dass ich da... Okay, dieser Schluck, der Mann. Irgendwann, wo ich der irgendwen weggekloppt habe, dass da irgendwas... Jo, einmal Force India. Und nochmal Force India. Es kann sein, dass bei dem Ocon irgendwas gebrochen ist. Hörte sich so an. Bei dem hat es geknirscht, als ich an ihm vorbeigefahren bin. Bei dem hat es geknirscht. Das kriegt ja wieder komisch. Ja, der dachte, sein Frontflügel wäre stärker als mein Hinterreifen. Das dest Влад nicht und dabei haben wir einen 大 Schluck, großartig und eine Ah! 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 Die Strecke ist aber auch groß, mein Liebermann. Ja. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens geführt. Aber es geht eigentlich noch. Die Strecke ist halt ziemlich gedrungen, also ziemlich eng beieinander. Andere sind ja ziemlich weitläufig, kann ich sagen. Von der Breite der Strecke her geht es aber trotzdem. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Besser war das jetzt. Ja, die Stelle macht ja echt Probleme, wa? Boah, ich war eigentlich zu schnell und habe mir falsch in die Kurve rein. Ich hätte jetzt nicht ein bisschen gebremst, hätte ich wahrscheinlich ganz vorne wieder gelitten. Das wollte ich mir jetzt nicht nochmal angucken, das Gute. Mh. Dann lieber einmal mehr aufs Kibremse laden, schon mal geht das. Da verfahren sie ja. Meist den Anker über Bord. Brems! Thank you Goldmaster for this lucky game. It is so very awesome. Okay. Okay. Kibremse laden, her da ist weg. Okay. Tränen gut, Du bistja laden. Kibremse laden, Kibremse laden. Kine Is�� Teihdae. Kibremse laden, Kibremse laden. Kibremse laden. Jك 왓고 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja, schon klar Wie gesagt, die ganze Zeit lila auf der Strecke Nur dann im letzten Oh doch Alter, Saftsack Alter, man kann halt nicht alles haben Alter, dein Ernst, dein scheiß Ernst Kommt, du Pissau Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand Wir brauchen dich in dieser Runde hier, Alter Ey, mal Wend geknütscht Mann, da siehst du gleich immer wieder irgendwelche Ersatzteile Ne, danke, braucht keine Weil dieses blöde Moped wieder nicht um die Kurve wollte Ja, solange es nur nicht ganz rot ist, sag ich mal Geht das ja noch Hast ja nicht mehr weit Ah, komm doch hoch, du Pissratte Ja, alles gut, Kole Hast so viel Vorsprung, da passt das Dann werde ich auch mal wieder dick nach Hause fahren Oder sowas, ey Ja, und ich von ganz hinten auf den zweiten gefahren Sehr schön Kann ich meinen Vorsprung vor Hamilton wieder ein bisschen ausbauen Je nachdem, wo der gelandet ist Oh, das war jetzt knapp Alter, war das knapp Oh, Vater, ey Oh, komm, rum nach Bär Oi, 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 oi Ho, ho, ho Oi, 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 oi Oh, bei Start und Ziel hat's wohl gekracht Hier wird nichts angezeigt Jo, da ist einer geradeaus gefahren Achtung, Achtung Jawohl Jawohl Da ist es, da ist es, jawohl Sehr schön Ferrari macht den ersten Platz Virus, hey Freude, Freude, Eierkuchen Oh, da sieht man, wie der eine kommt und der eine fährt Eier Beide strecken direkt nebeneinander So, hängt da So, jetzt haben wir mal die Camillo Das wisst ihr aber auch jetzt Jawohl, da kommt der Der zweitplatzierte Ferrari Juhu Geil Geil Durch das Ding 18 Plätze gut gemacht Kann man doch nicht motzen So, geile Sache Boxstopp war auf jeden Fall noch drinnen voll Und du hast dich wieder tapfer zurückgekämpft Und Perez ist sogar noch dritter geworden Krasses Pferd Gerümmel und spürt Das auf jeden Fall Gleich mal gucken, wo die zwei geblieben sind Nach meiner Aktion da So, jetzt bin ich mal gespannt So, kommt mal reingucken Oh, Bottas ist fünfter geworden Und wo ist Hamilton Oh, 13. geworden Ach, das tut mir aber leid Du bist doch mieser Sack, ey Mal gucken, was ist ganz unten Massa ist letzter geworden Alles klar Oh, hab ich Punkte gut gemacht Ja, hol da die Waldfee, ey Jaja, sicher Du hast halt Weil Hamilton ist nur 13. geworden Weil, deswegen Der hat keine Punkte gekriegt Du hast 25 gekriegt Passt das 279 Patronas hat nur 221 In der Gesamtpunktliste Ja, nice So, Vorfälle Sieht doch schon mal gut aus Weiße Linie an der Boxenfahrt überfahren Ne, 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 ne Kollision mit Camillo Achso Bottas hat mit Camillo Verursachte Kollision Alles klar Ja Der Drecksack Esteban Ocon Kollision mit Ricciardo Alles klar Und Philippe Massa Der hatte mechanisches Versagen Naja, so Das war's jetzt dafür Ich sag, das haben wir durch Alter Schwede Das hat den Peres echt gut hochgehauen Ja, Freund Ich würde sagen Von mir war's das jetzt Und wir sehen uns Zum nächsten Rennwochenende Das war euer Virus Und Camillo Jo, bis zum nächsten Mal Macht's gut Alles klar Ciao rat� 1 2 5 3 4 6 5 6 11